Der Mond scheint sogar noch, so früh ist es. 6 Uhr. Guten Morgen, Espresso. Guten Morgen. Hey. Hast du keine Lust? Komm mal hier. Komm hier. Ja? Hallo. Hallo. Espresso ist witzig heute Morgen. Da nimmt sich eine Ladung Hafer, geht zum Fenster und guckt auf dem Fenster. Aber du musst jetzt mal essen. Das ist zu früh noch, Esser. Morgenmoffel. Morgenmoffel. Ja, das ist sauber. Was hast du hier mit dem Strick gemacht? Der zieht da immer so dran rum. Esel. Eine schöne Landschaft hier. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ja, wir filmen jetzt auch endlich mal den Anfang. Wir sind jetzt in Laubach auf dem Turnier und schreite ein Zeit-L. Es ist jetzt auch endlich richtig hell, deshalb sagen wir jetzt mal Hallo. Espresso. Der ist heute ein bisschen genervt. Der verweigert auch das Futter ein bisschen. Das ist eben auch zu früh. Ne? Ja, ein bisschen früh ist es, ne? Ich bin jetzt auch schon angezogen. Also ich muss noch mal... Ja, also meine Bruse muss ich noch anziehen, aber ich musste so dringend auf Toilette, dass ich erstmal das nur schon angezogen habe, weil ich dann gleich mal Coop gegangen bin. So, zweimal Pudel-Frisur. Zweimal Pudel-Look. So, da wollen wir mal gucken, ob er sich heute benimmt, der Esel. Institute. Musik Hier ist Isabelle Hildebrandt mit Espresso. Hier ist Isabelle Hildebrandt mit Espresso. Ich ärgere mich selbst so, ich ärgere mich so, so, so. Das kann ich verstehen, der letzte Sprung. Bis zum, also bis vor dem letzten habe ich ihn echt gut durchgedrückt. Da habe ich mir so gedacht, boah, cool, Null, eine schöne Nullrunde. Und dann war ich mir am letzten so sicher. Und was heißt sicher? Ich bin nicht mehr so energisch gerückt und habe ihn ein bisschen losgelassen. Und dann hat er halt nicht so ganz die Füße gehoben. Ja, das ärgert mich auf jeden Fall selbst so, weil es war unser Ball, der Fehler, würde ich mal sagen. Ansonsten ist er nämlich eigentlich gut gesprungen. Und das nächste Mal lernt ihr draus. Findet ihr eigentlich mal eine neue Schabröcke? Schön, gell? So schnell ist der Espresso ausgeflochten. Ja. Oh. Da hört jemand die Siegeirgendmusik. Aber leider waren wir nicht gut genug. So, wir Pudelköpfe sprechen nochmal ein paar Worte zu euch. Ja, also ich ärgere mich immer noch total wegen diesem blöden Abwurf am letzten Sprung. Ich war mit meinen Gedanken echt schon drüber. Und es ärgert mich so, weil wir wären echt, glaube ich, ganz gut gewesen. So besser als irgendwie ein Steher oder irgendein anderer Blödsinn. So ein Abwurf ist halt... Passiert schnell mal. Das war's dann auch schon wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.